Heute sprechen wir über das türkische Hotel Daimabiz Resort 5 Sterne Kemir. Liebe Freunde, ich begrüße euch auf meinem Kanal. Meine Übersichten sind wie immer kurz und informativ und ihr könnt immer Fragen in den Kommentaren stellen. Das Hotel liegt auf der zweiten Linie und besteht aus mehreren Blöcken mit einem kleinen Außenpool im Inneren. Von der Infrastruktur des Hotels gibt es nur ein kleines und bescheidenes Hamam, ein Dampfbad, ein kleines Fitnessstudio. Das Hallenbad war zum Zeitpunkt der Aufnahme geschlossen. Es gibt einen kleinen Spielplatz und einen Kinderclub. Aber das Essen ist Standard für ein türkisches Fünf-Sterne-Hotel und bei unserer Ankunft war es nicht schlecht, aber im Internet gibt es viele Beschwerden über die geringe Auswahl von Fleischgerichten und Langeschlangen dafür. Die gesamte Hauptinfrastruktur befindet sich auf der anderen Straßenseite durch die Unterführung. Es gibt einen riesigen Wasserpark, Sportplätze, einen guten Strand mit einer Bar, ein Snackrestaurant, einen Platz für Animation und Abendveranstaltungen. Gebäude in Form von Schiffen sind sehr originell und eigenartig. Der Strand ist breit, ein Handtuch wird gegen eine Kaution von 10 Dollar zur Verfügung gestellt. Ein toller Wasserpark, nur im Sommer geöffnet. Riesig, extrem. Der Eintritt kostet 20 Dollar und ist für Hotelgäste kostenlos. Die Zimmer müssen natürlich renoviert werden, aber wir müssen verstehen, dass dies immer noch ein Budgethotel ist, nicht der höchsten Klasse. Das Hotel ist ganzjährig geöffnet. Freunde, danke für die Likes, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Es gibt noch viele interessante und nützliche Übersichten.